Hallö Leute, bevor das Video jetzt losgeht, eine kleine Anmerkung, denn ja, der Sound von mir, also meine Stimme ist nicht vorhanden in dem Video, ich weiß nicht warum. Ich hatte jetzt mit DxTory aufgenommen und hab auch alles richtig eingestellt. Mikrofon ist eingestellt gewesen, ich hab auch extra nochmal nachgeguckt, weswegen da auch gleich einmal ein Schnitt kommt, wer wird in dem Part. Aber ja, wie es aussieht, wurde meine Stimme einfach nicht mehr aufgenommen. Aber, ich dachte mir so, ich werde dieses Video jetzt trotzdem hochladen. Es war jetzt insgesamt 45 Minuten und ich werde diese 45 Minuten jetzt vorspulen auf, weiß nicht, 20 Minuten halt. Und ja, so habt ihr immerhin noch einen Part und seht, was ich halt in diesem Part in dieser Zeit geschafft habe, in dieser ganzen Aufnahmesession. Und so muss ich das im nächsten Part nicht nochmal alles erklären. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video Leute. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020